Warte, 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 nein, nein, nichts hört, nichts hört, nichts hört. Gut, dürfte der letzte sein. Ich habe jetzt zwar nicht wirklich viel Muni verbraucht. Oh! Oh! Ah, ich bin halb down, genau. Sehe ich genauso. Von zwei Schlägen habe ich einen roten Bildschirm. Oh, die sind героin. Noch eine Thompson. Oh, nee, noch eine Thompson. Ist das eine PPSH. Oh, nee, das ist die... Oh, geil, das ist die PP. Komm mal mit. Ich warte, du kriegst die Flagge. Oh! Mg! Okay, ich bin ready. Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich Ich muss mir nachher, äh, Speed-Cola kaufen. Ich muss immer noch nicht. Oh, Mann, ey. Hier ist so eine Holzfäller-Mucke. Warte mal. Du hast, hast du nicht Affen? Ich hab, ich hab. Werf, werf, werf. Ja. One eights noch. Ich muss weg und lad nach, falls du mich hast. Okay, das. Ja, hab ich. Kannst auch. Hö. Lass den Trawler schon mal leben am besten. Soll ich jetzt die Tür da hinten schon aufkaufen? Egal. Warte mal, es sind nur noch einige, oder? Oder es ist noch eine? Nee, nee, das ist die. Für 5000. Das ist immer toll, das ist so krass. So, jetzt müssen wir... Ähm, wenn, wenn du... Oder, willst du dich da mal hoch teleportieren? Wir können beide, ne? Es dauert nur ein bisschen länger. Ja. Ja, auf jeden Fall, wenn da oben, da oben steht dann... Ähm... Da ist ja, da ist ja ein Fragezeichen, gell? Ja, ja, und da steht dann irgendwie, don't hit me, oder irgendwie sowas. Do not open me. Ey, das machen wir am besten auch mal nicht. Ja, okay. Weil, man bekommt erstens da auch was abgezogen. Und... Zweitens, vielleicht... Müssen wir es auch wirklich nicht öffnen. Dürfen wir es nicht öffnen. Wollen wir beide mal einfach gerade mal hoch, aus Spaß, so und... Okay, lass mal. Ja. Sicher? Ja, klar, wie denn sonst? Also, sonst hatten wir auch nichts anderes gemacht. Ja doch, der eine hat F beim Start gedrückt. Ja, klar, wie denn sonst? 100% Ja, sowieso. Läte ich mal zum Start dazwenden? Jo. Man muss ja immer so weit trennen, alter. Hm. es ist ja auch nur Rübel schlimm sag mir du da bist Oh, ich bin jetzt gleich bei der Brücke Oh, jetzt sind wir bei der Brücke Ach ja, wir haben das mit dem Buch noch gar nicht gemacht Nein, nein, es gibt, stimmt schon Es ist ja nur, dass sie eine Tür da aufgeht Oh, okay Also ich bin jetzt da Ja Na, jetzt ging's Jetzt muss ich sie einfach nur noch auf drücken Oder vielleicht kannst du dann wieder zurückkommen und dann kommen wir zu zweit Ja, okay Komm zurück Okay, do not open me, das mach ich jetzt mal einfach mal So, wir können ja mal auf der Map hier irgendwo rum suchen, ob wir solche Schalter finden oder ähnliches Also ich hab mal irgendwie gelesen, das Wind so bei der Riese, das Wind so zischt und kracht, dass man dann irgendwie was findet Aber ich glaub, bei Custom Maps nicht so Keine Ahnung, auf jeden Fall wenn wir zu Pack a Punch wollen, müssen wir irgendwie was finden Irgendwo unten Aber ich glaube, als wir das gestern gemacht haben, dass das aussieht wie bei einem komischen Haus ja, dass das hier unten ist, nur irgendwie zu Vielleicht sollen wir das Haus auch gar nicht öffnen oder so Ja Wollen wir mal das mit dem Buch machen Ja, das mach ich gleich mal Und du kannst ja mal draußen stehen irgendwo Und kannst du mal gucken, was sich bewegt, wo du die Geräusche hörst oder so Ja, das war da, wo du gerade warst Vielleicht hier war auch irgendwie Achso, also die Tür öffnet sich gleich oder was? Welche? Also von dem kleinen Haus Nein, nein, nein Von dem kleinen... Die öffnet sich ja durch das Buch Ja, dann bleiben wir da stehen und gucken wir vielleicht vor Beim Strom Vielleicht ist da für ein paar Sekunden was drin Ja, okay, ich guck mal Ich könnte gerade irgendwas aufheben Da Egal, ich mach erstmal schnell das Buch Ja Ich hab ja auch irgendwo gelesen, dass du zwei versteckte Tunnel hier irgendwo finden kannst Nein, ich glaub aber der eine ist hier und dann... Okay, eins, zwei, drei Okay, eins, zwei, drei Hallo? Ja, hier tut sich jetzt irgendwie so so dipp Jol Irgendwo sowas explodiert, das hab ich gehört Ja, das wollte ich gerade Weil ich hab gedacht, hä, wieso bewegt sich das Buch nicht oder so? Okay, ich hab, ich hab's Was denn? Bei der Brücke, hier tut sich irgendwie... Jol Was denn? Wir sind die... Wir sind die... Eine gerade eben so hochgegangen, so ganz komisch Ist das immer noch was anderes? Oh, nö Wusste ich nichts mehr Warte mal Loll, das ist bis zu hochgegangen Okay, warte, ich mach jetzt nochmal Eins, zwei, drei Und? Der klopft Alter, wie das hier klopft Ja Alter Irgendwas tut sich da auf jeden Fall Ganz hart Ganz hart That's what she said Ja Also du betätigst gerade das Buch, ne? Jo Ich drück immer F Schon 10.000 Mal hier Lass mich da mal hingehen und dann geh du mal zu dem Haus Da kommt so... Richtig krank, ey Ist ja richtig spannend hier Ja Oh